hallo schön freunde willkommen zur zweiten folge vom little nightmares dlc beim letzten mal haben wir schon viel erlebt dass hier ist übrigens die vorgeschichte von little nightmares so wie ich das mal verstanden habe und wir sind jetzt in irgendwelchen abwassern vom schiff und werden die ganze zeit von so einem mister betrug madenkopf 2.0 verfolgt er sich da unten im wasser befindet mit seinen händen so tatsächlich muss man doch hier ran springen allerdings nicht an die hand sondern generell an das teil ich weiß nicht warum das auf einmal funktioniert und vorher hat nie funktioniert also dass im ersten teil schon mal ausprobiert habe so könnte wieder essen nee das muss da rein das bad nehmen natürlich rein respektive badewanne da hängen die haken warte mal wenn das jetzt geht ne ach nein halt halt pass auf jetzt kommt neuer oder nein wo ist es denn doch ist er ich dachte nein schon wieder falsche taste jetzt schnappt er sich das ding nee das funktioniert auf keinen fall ach warte mal ich kann ihn damit weg locken natürlich damit lock ich den weg okay warte ich warte ich warte bis der weg ist ist er fertig okay ach und jetzt los schwimmen schwimmen er kommt er kommt er kommt er kommt okay auch hier sind wieder die schuhe muss ich da rein für irgendeine ratte könnte aufmachen hier nee okay ich muss da rein ich kann ich da hochklettern was soll ich denn hier tun ich muss irgendwie da hoch ach so ich bin mal wieder blind unterwegs was machst du denn du was hast du für Probleme manchmal geht der einfach irgendwo nicht hoch ganz langsam so viel zu ganz langsam hier auf ach na halt ja was ist das denn auch für ein komisches Brett welches Brett bleibt denn so stehen langsam langsam oh hier ist aber oh nein hä was ist das denn okay hier scheint keiner zu sein hier scheint keiner zu sein hier scheint keiner zu sein Licht wo bin ich denn hier Wasser ablassen ach nee doch nicht war gar nicht der Raum oder oder ist das der Raum aus dem ersten Teil da war doch auch was mit den Uhren ich brauche einen Schlüssel nee das war nicht der Raum ach guck mal da oben ist ein Bild von der Insel vielleicht oder Schiff oder was auch immer das jetzt ist so lass mich raten der Schlüssel ist da oben drin ich muss das Ding zerdeppern und fertig aber pass auf da kann ey ah ne halt da ist so ein Gnom drin oh ne nimm doch ein Gnom ja ich hab bisher auch noch keinen einzigen Gnom da gesehen Tür auf was kommt jetzt nichts hoch da oh je Elektrizität Wasser oh ne das muss was gegengeschmissen werden was haben wir denn hier schönes so ein Schuh ah ab ja als ob du den Schuh nicht wegdrücken kannst ich muss den Schuh nehmen ich komme da gar nicht ran wo ist der Ding hier ausschalten da ist Strom drauf warte mal kann ich nicht ins Wasser schieben ok ich muss da oben ran hier komme ich wie komme ich an diese wie komme ich an diese bin ich denn blöd ich brauche da nur ein Schuh ich brauche da nur ein Schuh hä ok ich muss da drauf springen geh hoch ach so guck mal das reicht gar nicht ach so ok schon verstanden dann kommst du da hin und du kommst daneben bam 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 ba da witzert und da so so bam guck mal perfekt professioneller geht das alles nicht so dann drücken wir schön wieder das knöpfchen hallo so hab und hab und hab war eine arme ratte auch nee das arme viel pass auf pass auf kein tier quäler moment das kennen wir den raum kennen wir warte mal ich kann da rein aber auch darunter ich bin ich ich gehe dann erstmal darunter ja verdammt ich bin doch jetzt genau da was hat er jetzt für den unterschied gemacht so verdammt wir haben hier also irgend so ein irren da hinten liegt was was ist das ah nein nein die art durch den koffer auch nie abgab ich verstecke das hat mich gerade mit 1000 konzept gebracht es gab zwei wege der eine ich weiß doch auch nicht ich weiß gar nicht wie ich das erklären soll so wir warten er kommt gleich aber habt ihr den gesehen habt ihr ihn gesehen geht er hoch der vollpfosten geht da nicht hoch ich weiß schon warum er das hier als sehr sehr nervig betitelt habt er hat ausgesehen wie so ein wie so ein tool aus dread out online 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 warum warte ich auch nicht einfach bis dahin mal kommt und warum kratzt mein t-shirt jetzt warte ich ich warte wüsste denn ich sehe den überhaupt nicht da war das geht doch überhaupt nicht guck mal was soll ich denn da hin oh nee ich glaube das ist wieder ich glaube ich muss gleich wieder nachgucken wie es weiter geht ich sehe schon wieder nirgendwo einen weg oder ist das jetzt irgend so ein bug weil ich in das loch da reingefallen bin obwohl ich da eigentlich irgendwie hier lang könnte ich komme ja irgendwie da hinten gar nicht hoch was macht der denn warum ist der denn da hinten der schwimmt da nicht hoch ich weiß nicht was ich machen soll ablenken kann ich den auch nirgends weil dann nirgendwo was zu essen ist obwohl ich denke dass da hinten obwohl ich habe da irgendwas gesehen doch dann liegt doch so ein fisch ich muss dahin geht doch hoch da kann ich von vorne hoch ach ja nee ist klar so warte ist was zu essen jetzt das werfen wir dahin nicht nirgends 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 Was ist denn das? Das ist doch schon wieder Betrug, ey. Der kriegt mich doch... Ich verstehe manchmal diese Physik von diesen Viechern einfach nicht. Nein, Sir. Wie wirfst du da hin? Ach, nee! Nimm mir das Essen. Der geht da wirklich wieder hin. Du gehst direkt da drauf. Geh da drauf, der kommt direkt von hier. Geh wieder hoch. Läuft der unter Wasser? Nein, 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 nein. Hör! Schnell! Hör! Man kann ja mich da schnappen. Geh mal lieber hier hin. Machst du! Nein, 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 nein. Ach, da ist ja gar nichts. Ja, was soll das denn? Ich dachte, da wäre wieder... Ist das Ding weggeschwommen oder so? Ich dachte, das wäre da vorne an der Wand. Weh, ich muss jetzt wieder alles von vorne machen. Alter, nee, ey, was ist denn das? Ich hasse das Spiel jetzt schon. Er will mich doch komplett verarschen. Was ist denn das für ein Lachs? Stell dir mal vor... Stell dir mal vor, ihr seid so schön beim Angeln. Denkt euch nichts dabei. Denkt euch, ich fange mir jetzt mal schön meine Forelle. Auf einmal kommt da so ein Arm und frisst die Angel auf. So, das fand ich wieder gut. Ja, da unten ist der. Kann ich mal schön angucken. Kann schön anlächeln. Taucht doch nicht unter! Der schwimmt auch viel zu langsam. Und ja, ich drück schon auf Rennen. So, wir machen das wieder wie folgt. Du wirfst es da hin. So, du schwimmst es schön wieder zurück, ne? Er hat sich schon mitgenommen. Ist klar. Alter, er bewegt sich auch viel zu schnell unter Wasser. Was machst du denn? Ja, das ist doch Betrug jetzt. Du siehst ihn ja gar nicht. Und das Teil ist viel zu weit weg. Och, ich glaub, das hier, das könnt ihr beschissenste Stelle von allen sein. Ich weiß schon, warum ihr gesagt habt, das wird nervig. Oder mach ich wieder irgendwas falsch? Vor allem, du musst immer so lang warten. Ich brauche ja. Guck mal, wie schnell der schwimmt. Spring doch nicht rein, du Volldepp. Taugt er wieder genau vor mir auf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war gar nichts. Du kommst da nicht hin. Nee, es geht nicht. Das ist viel zu weit weg. Also wenn du da direkt hinkommen sollst, dann weiß ich auch nicht. Das geht nicht. Du musst das ja wenn schon komplett perfekt timen. Dass genau in dem Moment, wo der gegen die Tonne schlägt, dass du genau dann abspringst. Schneller kann ja auch übrigens nicht schwimmen. Warte mal, wo ist denn der jetzt? Ich hab grad so'n Glück. Der ist einfach nicht da. Er ist wieder da. Verdammt, wie lang geht das denn noch? Nein! Du vollidot. Du bleibst hier oben jetzt. Da ins Boot springst du. Nein, 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 nein. Geh da hoch. Und spring! Ach! Geh ganz schnell hoch. Ich will, ich will, speichere das ab. Was ist jetzt? Kommt der raus? Spring nicht vorbei. Hä? Wo geht's denn lang? Nein, ich geh da nicht. Ach, da oben. Nein, du hältst dich fest, Matrose. Weh, da oben geht's nicht lang. Da geht's lang. Speicher das ab. Ja, er hat gespeichert. Oh Gott. Nein! Ach, jetzt muss ich auch noch... Da ist der Teil. Hö! Ist der hier auch? Nee, Gott sei Dank nicht. So, da komm ich da hoch. Soll ich das da rüberwerfen, ne? Das ist ja easy. Nein, ich muss nicht runterwerfen. Ist es unten? Nee. Jetzt ist es unten, oder? Ja. Du nimmst mit. Nicht ins Wasser. Hab! Ach, nee! Der kann ja nicht springen damit. So, ja. Schön ein bisschen segeln. Lass es mal liegen da. Ganz langsam hinlegen. Nein! Schieb das Teil jetzt. Nein, schieb es nicht an. Das Ganze nochmal. Ich glaub, ich muss das Ding... Wo ist der denn jetzt? Hä? Wo ist denn dieser Schlüssel hier? Ach so. Ich muss jetzt... ...erst mal den Knopf drücken jetzt. Ach so! Das ist nicht der Schlüssel. Ach, da ist er. Du wirfst ihn jetzt da vorne hin. Warum wirft er wieder nicht? Genau. So, und jetzt... ...schiebst du das Teil da vorne hin. So, da. Jetzt... ...lässt du das Wasser wieder steigen. So, ab. Nicht wieder runterfallen lassen. Bam. Jetzt haben wir es doch. Ach, Freunde, die Folge. Was machst du denn? Ach Gott, du rasierter Karle. Da will ich jetzt aber noch lang. So. Ne, der springt wieder ins Wasser. Hopp. Hopp. Na. Was? Es hat aber gespeichert, oder? Hat es gespeichert? Da war das Speicher... ...das... ...das Speichersymbol. Ich bin zerquetscht worden. Von der Tür. Nein. Nein. Das Spiel, das Speichert, ganz grausam. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. In den nächsten Mal wieder... So, wie gesagt. Und das ist ja thể... Zweck. Und da. VA-Schm resort. Und da. Untertitelung des ZDF, 2020